Ich bin Ilja, einer der Macher hier bei Securiton Deutschland. Und ohne mich läuft hier gar nichts. Denn für unsere Technologie-Marke IPS in München bin ich verantwortlich für die Konzeption unserer marktführenden Video-Bild-Analyse-Software. Von Entwicklung über Prototyping bis hin zum Testing bin ich in allen Schritten maßgeblich beteiligt. So entsteht immer wieder Technologie führende Software für Video-Management und Video-Analyse aus einem Guss. Mach's wie ich, werde auch du Teil von Securiton Deutschland und schaue jetzt gleich auf unserer Karriere-Seite vorbei. Ich freue mich, dich bald im Team begrüßen zu dürfen. Securiton. Besonders sicher.